Es schneit, während ich hier aus dem Fenster schaue. Das ist so schön. Vielleicht kann ich euch das mal kurz einblenden. Und passend zum Winter, passend zu dieser dunklen und ruhigen Jahreszeit, möchte ich heute mal über die Magie der Ruhe und der Dunkelheit sprechen. Weil ich glaube, dass viele von uns sich sehr schwer tun mit dieser Jahreszeit. Es gibt ja auch so eine Winterdepression, saisonale Depression. Das ist ein sehr weit verbreitetes, echtes Phänomen. Und ich will heute mal erforschen, warum das so sein könnte und wie wir vielleicht auch ein Stück weit lernen können, diese Jahreszeit als etwas Schönes zu sehen und für uns zu nutzen. Trotz Kälte, trotz Dunkelheit, trotz Inaktivität. Oder vielleicht genau gerade deswegen. Let's fucking do it! Dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich so richtig bewusst merke und wahrnehme, weil ich darauf hingewiesen wurde von anderen, dass sie das bei sich wahrnehmen. Und dann habe ich so ein bisschen reflektiert und ich merke jetzt das erste Mal so richtig bewusst, dass auch in mir vermehrt Dunkelheit aufkommt. Dass ich selbst einerseits natürlich auch im Winter jetzt mehr Ruhe und Schlaf brauche. Dass ich nicht mehr so aktiv bin, nicht so leistungsfähig bin. Dass soziale Kontakte mir noch schwerer fallen als sonst, obwohl sie das eh schon tun. Dass ich wirklich viel, viel Rückzug brauche. Und gleichzeitig mich selbst dafür aber auch manchmal verurteile. Es fällt mir immer und immer leichter, das nicht zu tun, aber es kommt immer noch vor, dass ich abrutsche in diese alten Muster und mich selbst dafür fertig mache. Und denke, oh mein Gott, ich müsste aber jetzt das und das und das tun. Und ich habe mir doch zu viel vorgenommen. Und ich muss ja trotzdem diese und jene Leistung bringen. Und wieso schaffe ich es nicht, früher aufzustehen? Wieso brauche ich zurzeit so verdammt viel Schlaf? Also da ist einfach manchmal so ein Widerstand gegen diese Situation. Ein Widerstand gegen die Ruhe. Ein Widerstand gegen die Entschleunigung. Und ich persönlich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum wir diese dunkle Jahreszeit vielleicht auch ein Stück weit ablehnen. Ja, es ist auch tatsächlich ein bisschen deprimierend, wenn wenig die Sonne scheint. Also da fehlt uns einfach eine ganze Portion Vitamin D. Es ist kalt, es ist ungemütlich. Es ist einfach nicht so lebhaft und so schön. Auf eine bestimmte Art und Weise jedenfalls. Und das wirkt dann wahrscheinlich auch auf unsere Psyche und auf den Körper ganz faktisch gesehen. Aber ich glaube, dass der eigentliche Knackpunkt, warum Menschen im Winter eher depressive Phasen erleben, warum wir eher schlecht gelaunt sind, warum unsere Stimmung nicht so gut ist, ist, weil wir an der Aktivität festhalten, weil wir an dem Sommer festhalten, weil wir an der Hochzeit festhalten, weil wir gesamtgesellschaftlich nie gelernt haben, zu ruhen, die Dunkelheit auch mal auszuhalten und als ebenso wertvollen Teil anzuerkennen, wie die aktiven Hochphasen, wie den Sommer, wie das Leistung bringen und das Tun, das Ruhen und die Dunkelheit, die Kälte, die eher unangenehmen Dinge, die Schatten in uns, die wollen wir nicht haben, die lehnen wir ab. Das möchten wir nicht. Ja, wir wollen das nicht. Wir wollen lieber Freude, Glück, Spaß, Aktivität, Wärme, all diese Dinge. Aber das Leben besteht eben nicht nur aus diesen vermeintlich schönen Dingen, sondern das Leben besteht auch aus dem Gegenteil, ja, Yin und Yang. Es ist beides. Wir können nicht nur eines haben und das andere komplett wegmachen. Das ist so, als würden wir einen Teil der Biologie weghaben wollen, also zum Beispiel den Mann. Was wir zurzeit auch tatsächlich beobachten können, ist ein Wachstum der toxischen Weiblichkeit, die das Männliche als per se schlecht hinstellt und jeder Mann ist schuld und alle sind böse und kein Mann gibt sich Mühe und das Männliche ist von Grund auf schlecht. You suck! Das gibt's unter Menschen, die selbst noch nicht tief getaucht sind und diese Aspekte in sich selber noch nicht kennengelernt haben. Wer wirklich reif ist, wer wirklich erwachsen ist, wer wirklich schon mit sich selber in Kontakt war, schon ganz viel Arbeit an sich geleistet hat, seine eigenen Schatten kennengelernt hat, sich den gestellt hat und die gefühlt hat, der weiß, es gibt kein nur gut und nur schlecht. Es gibt kein nur schwarz und nur weiß. Es gibt in jedem von uns beides. Und hätten wir nicht beides, wären wir nicht vollständig. Und wenn wir eines von beiden ablehnen, dann lehnen wir uns selbst ab, unsere Natur, dann lehnen wir einen Teil von uns ab und dann können wir uns selbst nie vollkommen akzeptieren, annehmen und lieben. Und dadurch lehnen wir dann auch weiterhin andere ab, weil wir das ja an uns selber auch nicht akzeptiert haben. Wie wollen wir das dann an anderen akzeptieren? Genauso verhält es sich mit der Dunkelheit und der Ruhe im Außen. Wenn wir sie in uns selbst nicht akzeptieren, wenn wir in uns selbst nicht die eigenen Schatten akzeptieren, nicht die eigene Kälte, nicht diesen eigenen Widerstand mal da sein lassen und mal schauen, was ist da eigentlich? Warum kann ich jetzt nicht einfach nur sein und ruhen und diese Ablehnung gegen sich selbst mal erforschen und die Gefühle fühlen, die damit einhergehen? Wie wollen wir dann im Außen die Ruhe und die Dunkelheit akzeptieren? Ist klar, dass das uns dann runterzieht, weil es uns an unsere eigene Dunkelheit erinnert. Ja, es ist ein Spiegel. Und wenn es im Außen ruhiger wird, ist es eine Einladung für uns, auch ruhiger zu werden. Und das werden wir automatisch. Ja, wir passen uns an. Und statt da auf die Barrikaden zu gehen und zu sagen, oh Mann, es kotzt mich so an, dieser Winter und dieses Nichtstun und dieses in der Bude hocken und diese Inaktivität und die Kälte. Wie wäre es, wenn du das mal als Einladung siehst, dich dem richtig hinzugeben, dich zu ehrgeben, dich da mal richtig fallen zu lassen und das einfach mal zu erforschen. Das ist die perfekte Gelegenheit, die perfekte Saison, um das zu tun. Und daraus neue Erkenntnisse für dich zu gewinnen, dich daraus nochmal neu mit dir selber zu verbinden, tiefer zu tauchen. Ja, tiefer zu tauchen. Die Dunkelheit ist die Zeit, wo wir tiefer tauchen können. Wo es nicht darum geht, im Außen tätig zu sein. Wo es nicht darum geht, etwas auf die Beine zu stellen, zu interagieren, etwas zu tun, nach vorne zu gehen, sondern innezuhalten und tiefer zu gehen. In dich hinein zu gehen, in dich hinein zu spüren, in dich loszulassen, in deine Schatten loszulassen, in deine Schatten zu treten, ihnen mal die Bühne zu geben, dich auf diese Weise ganz, ganz neu kennenzulernen, ganz intim zu sein mit allem, was da ist, was da schlummert, was im Sommer in den Hochzeiten überdeckt wird von ganz viel Tamtam und ganz viel Aktion und ganz viel Interaktion. Jetzt ist alles mal weg. Jetzt lüftet sich der Schleier. Jetzt ist mal Raum, Zeit dafür, dass du wirklich dich selber dir zuwenden kannst. Also nutze diese Zeit, nutze die Zeit, die uns jetzt geschenkt wird, die Ruhe, die Dunkelheit, um dich mal wirklich zu verbarrikadieren und alles mal ruhen zu lassen und zu gucken, wer bin ich, was ist da, was will ich, was sind meine Schatten, was ist da noch zu heilen, was ist mein Herzensweg, wer will ich im kommenden Jahr sein, wenn der Frühling wiederkommt, wenn alles wieder zu blühen beginnt, wie möchte ich in dieses neue Jahr starten? Als wer möchte ich neu geboren werden? Das ist jetzt die Geburtsphase. Du bist jetzt gerade so ein bisschen in Vorbereitung auf deine Neugeburt, im Geburtskanal schon ein Stück weit. Und während du da so in diesem Kanal bist, darfst du jetzt erforschen, welche Form möchte ich annehmen? Welche Werte sind mir wichtig? Was ist da unter der Oberfläche, das geboren werden möchte? Da steckt so viel Magie drin, so viel Potenzial, so viel Reichtum, so viele Schätze, so viel Saft. In deiner Dunkelheit, in deiner Ruhe, in deinen Schatten, die dir zeigen können, wo du noch genauer hinschauen darfst. Wo du das größte Wachstumspotenzial hast, da wo es am dunkelsten ist, herrscht das größte Heilungs- und Wachstumspotenzial. Was für ein Geschenk! Und am intensivsten darfst du da mal reinspüren während den Raunächten. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon beschäftigt hast, ob du das gut kennst. Die Raunächte sind eine ganz spezielle Zeit. Vom 25. Dezember bis zum 6. Januar. 13 Nächte, in denen der Schleier sehr, sehr dünn ist. Zwischen hier und den Anderswelten. Zwischen dir und deiner Seele und deinem Herzen. Wo du wirklich intensiv eintauchen kannst. Nutze diese Zeitqualitäten, nutze alles, was uns gegeben und geschenkt wird vom Außen, von den Jahreszeiten, von den Phasen des Seins. Und ko-kreiere mit diesen Phasen, arbeite mit diesen Phasen gemeinsam. Lass dich da reinfallen. In dieser Zeit haben die meisten Menschen von uns ganz, ganz viel Zeit. Viel mehr Zeit als sonst im Jahr. Viele von uns haben Urlaub. Es gibt viele Feiertage. Es wird besinnlich. Ja, du darfst dich da richtig, richtig sacken lassen in diese Ruhezeit. Wenn du möchtest, schau dir gerne auf Instagram das Live dazu an, das ich mit dem lieben Misha von Kakao Misha gemacht habe. Da haben wir noch ein bisschen darüber gesprochen, über die Dunkelheit, die dunkle Zeit, die Phasen, zyklisches Arbeiten. Wunderschönes Live gewesen. Darfst du dir gerne gönnen. Und ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass du dich ganz, ganz intensiv mit mir gemeinsam in dieser Zeit neu ausrichtest. Damit du da nicht alleine sein musst, damit du nicht hilflos einfach umher schwirrst und schwimmst, biete ich genau zu den Rauhnächten ein intensives, kompaktes Herzens-Mentoring-Coaching-Paket an für dich. Wo wir wirklich tief tauchen und gucken, was ist eigentlich dein Herzensweg, dein Seelenweg? Was sind deine Werte? Was willst du? Was wartet auf dich 2023? Und wie können wir dir helfen, das zu gebären? Es ist so viel wert in diesem Paket. Aktuell für alle Frühbucher bis zum 18.12. 260 Euro. Fast geschenkt. Danach 333. Immer noch was geschenkt. Für so viel wert. Aber ich möchte es dir gönnen. Du kannst es auch auf Raten zahlen. Auch erst ab Januar zahlen. Dann sprich mich einfach an. Schreib mich an. Wenn dein Herz dich ruft, wenn du dich selbst nochmal richtig, richtig tief verbinden willst mit deinem Herzen, deinem Seelenweg, deinem Potenzial für das neue Jahr. Vielleicht noch für dich als kleinen Impuls, Abschlussimpuls, als kleine Tipps. Wenn du merkst, dass du in dieser aktuellen Zeit mehr getriggert wirst als sonst. Ja, wenn du leichter reizbar bist, wenn du vielleicht nicht so viel Geduld hast. Nimm das auch als Anlass, tiefer zu forschen. Alles, was jetzt passiert, alles, was dich irgendwie aufwühlt, hat genau jetzt den größten Impact, wenn du dich dem mal richtig zuwendest. Nimm dir die Zeit zu schauen, was liegt da drunter? Was ist da eigentlich für ein Bedürfnis gewesen, das nicht erfüllt wurde? Wo wurde da ein Wert von mir verletzt? Was möchte das mir sagen? Und wenn du vielleicht merkst, dass du dich nicht so richtig in diese Ruhe fallen lassen kannst, dass da noch ein Widerstand ist, weil wir ja alle mit Leistungsdruck aufgewachsen sind und uns selbst kaum erlauben können, mal zu ruhen, dann nimm dir mal jeden Tag oder zumindest einmal die Woche ganz bewusst Zeit zum Entschleunigen, Zeit zum Nichtstun, Zeit, um dich zu langweilen. Ja, wir alle langweilen uns viel zu wenig, viel zu wenig. Wir sind ständig abgelenkt mit Handy, Social Media, Nachrichten, Freunde, Whatsapp. Immer ist irgendwas los. Leg das mal beiseite für ein paar Minuten am Tag oder ein paar Stunden die Woche und langweil dich mal ganz bewusst. Starr mal aus dem Fenster. Beobachte einfach nur die Vögel, den Wind, die Eichhörnchen, die Schneeflocken, die ganz sanft vom Himmel rieseln, die uns lehren, wie es funktioniert, weich und sanft und langsam zu sein. Beobachte einfach deine Umgebung. Beobachte deinen Atem. Oder beobachte gar nichts und sitz einfach nur und langweil dich. Ist auch gut. Denn durch die Ruhe, durch die Langeweile kann überhaupt erst Inspiration entstehen. Durch die Ruhe und die Langeweile öffnen wir Raum für unsere Seele. Dann kann überhaupt erst mal was durchkommen. Wenn du ständig abgelenkt bist, mit den Gedanken immer woanders, dann wirst du ja nie empfänglich sein für das, was da eigentlich durchkommen möchte. Weil du hast ja immer schon was im Kopf. Du musst diesen Kopf erst mal frei machen, erst mal Raum schaffen, damit du auch andere Dinge wahrnehmen kannst. Damit du deine Intuition wahrnehmen kannst. Damit neue Ideen geboren werden können. Wenn du ständig gefüttert bist, vollgepumpt mit anderen Ideen, mit anderen Meinungen, mit anderen Themen, Sachen. Dann versperrst du deiner inneren Stimme den Weg. Dann kann die nie wirklich hochkommen. Sich nie wirklich zeigen. Also lass mal alles weg. Geh mal richtig bewusst in die Tiefe, in die Entspannung, in die Ruhe, in die Langeweile, in die Dunkelheit. Nutz das, um dich selbst neu zu finden. Und dann wirst du vielleicht sogar schon süchtig nach dieser Ruhe. Ich hoffe es sehr für dich. Genauso, wenn du merkst, dass du dir schwer tust, alleine zu sein. Wenn du immer irgendwelche Menschen um dich herum brauchst, immer das Bedürfnis hast, dich mitzuteilen, immer das Bedürfnis hast, umgeben zu sein von anderen. Perfekte Zeit und Gelegenheit, um mal das Alleinsein zu erforschen. Und das Alleinsein zu lernen und zu schätzen. In der Dunkelheit, in der Ruhe, kannst du Kraft schöpfen. Für das Neue, für den Aufschwung. Wir brauchen diese Phasen. Wir können nicht alle immer 100% Vollgas geben. Es geht nicht immer nur steil bergauf, sondern es geht mal bergauf und dann geht es auch mal wieder bergab. Und dann geht es wieder bergauf und wieder bergab. Und vielleicht geht es tendenziell nach oben, aber wir brauchen auch immer wieder diese Tiefphasen, die Plateaus. Das ist essentiell. Ohne Schlaf zum Beispiel könntest du ja gar nicht funktionieren am Tag. Stell dir vor, du würdest nicht schlafen dürfen, dann wärst du null leistungsfähig. Du würdest durchdrehen. Schlaf ist lebenswichtig. Wer wenig schläft, wer zu wenig schläft, wer immer Nachtschichten macht, wer keine gute Schlafqualität hat, der stirbt tendenziell wirklich ein paar Jahre früher. Zu wenig Schlaf und schlechter Schlaf raubt dir Lebenszeit. Wir brauchen Ruhe, wir brauchen Dunkelheit. Zum Leben, zum Aktivsein. Yin und Yang, Licht und Dunkel, hoch und tief, warm und kalt, Mann und Frau, gut und böse, Sommer und Winter und alles dazwischen. Also es gibt nicht nur die extremen Ausprägungen, Licht und Schatten, es gibt natürlich auch ganz viele Nuancen dazwischen. Es gibt den Herbst, es gibt den Frühling, es gibt die Übergänge, es gibt verschiedene Geschlechter, es gibt nicht nur Gut und nur Böse. Das alles ist ein Tanz. Sieh das als einen poetischen Tanz, einen Wandel zwischen schlecht und gut, hell und dunkel. Der Misha hat in unserem Live so schön gesagt, es ist der Tanz um die goldene Mitte. Wir bewegen uns immer um die Mitte herum. Das ist das, was das Leben ausmacht. Also lerne diesen Tanz zu tanzen. Lerne, dich groß und weit zu machen und auch wieder klein und sanft. Es ist wirklich ein künstlerischer, ästhetischer Ausdruck des Lebens, wenn du lernst, mit deiner Dunkelheit und deinen Schatten, ebenso wie mit deinem Licht und deinen schönen, glänzenden Seiten, zu spielen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Wünsche dir eine wunderschöne Zeit, eine intensive Innenkehr, Innenschau, eine neue Geburt. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017